In einer interessanten und traditionsreichen Stadt wie Bremen ist die Auswahl an Wohnlagen angenehm groß. Aber einzigartiges? Wohnen der Extraklasse ist schwer zu finden. Marien. Ein rundum einmaliges Projekt in der Turplage auf dem vorderen Stadtwerder. Ihr Logenplatz an der Weser. Das gute Gefühl, sowohl der Ruhe der Natur als auch dem Leben der Stadt ganz nah zu sein. Diese Lage haben sie schon lange gesucht. Die Vorliebe zu erstaunlicher Architektur und zum Außergewöhnlichen. Das Miteinander von Modernität und Qualität. Die Freude am Stilvollen Wohnen und Sein. Der Zauber einer unvergleichlichen Aussicht über die Weser, die kleine Weser sowie die Stadt. Ganz gleich in welche Richtung sie ihre Wünsche lenken, Marien wird sie erfüllen. Alle Wohnungen orientieren sich sowohl zur Weser und zur Altstadt als auch zum Süden und zur Sonne. Sie bieten wahlweise den Blick über die Flüsse, zum umlaufenden Park, zur umgedrehten Kommode oder aber über die Skyline der Stadt. Nahe Erholung hat rund um Marien viele nennenswerte Facetten. Die weitläufige Natur, die Flussufer, vorbeifahrende Schiffe sowie die nahegelegene Innenstadt. In nur fünf Minuten erreichen sie zu Fuß den Marktplatz. Von Marien aus lassen sich Erholung und Aktivität auf kürzestem Wege vereinen und genießen. Nutzen Sie diese einmalige Chance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017